Und es geht weiter zur Welt von Draxang Online mit Duellen. Ich weiß, sorry, wieder PvP, aber das ist alles schon ein bisschen im Voraus aufgenommen. Dadurch werden die Videos allerdings, würde ich mal sagen, jedoch nicht schlechter. Aber ich werde schlechter. Schauen wir mal, ob ich irgendwas drauf habe hier bei den Duellen. Das Ganze ist hier ungeschnitten. Ich schneide keine Looses raus oder hast du nicht gesehen. Deshalb auch der Buff. Da kann man sich bei der Zeit immer vergewissern, dass es hier mit... Oh, der war knapp. Dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Uiuiui. Holy Crap. Hallo. Was sind denn das für... In der Singu gefangen. Wow. Ich brauche einen besseren Char. Leute, gebt mir einen besseren Char. Ich kill alles. Mann, oh Mann. Wie hatten das gerade begonnen? Spitzenmäßig auf jeden Fall. Da fällt er drauf rein. Und lässt sich in der Singu fangen. Aber... Kann man nicht killen. Okay. Jetzt aber mal. Gibt es ja wohl nicht. So. Netter Schaden. Netter Schaden. 1-1. Komm, Schilling. Das packst du. Das packst du. Und wenn nicht... Dann nicht. Der hat gesessen. Der auch. Zionichel habe ich gehört. Ah, der hat... Oh, komm. Willst du mich veralbern? Willst du mich auf den Arm nehmen? Wow. Ich hasse Duelle. Oh, Mann. Meine Hand zittert. Ich meine das vollkommen ernst. Ich zock schon so lange. Aber... Das ist alles so verdammt knapp. Huh. Chillt mal kurz. Einen Moment. Ich muss meine Hand beruhigen. So. Oh, verdammt. Ich glaube, das hat vorhin übersteuert. Ich muss das Mikrofon ein bisschen weiter... So. Das ist... Bei den Duellen wird man auch mal lauter so. Oder wenn man Schilling heißt, dann wird man da mal lauter. Ach, immer nur Mages. Bitte nicht. Tut mir das nicht an. Vor allem, ich habe keine Ahnung, was die so können, wie die so zocken. Da hat ja jeder seinen eigenen Spielstil irgendwie. Oh, wow, 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 wow. Den Sound mag ich. Was war denn das? Aber der hat die langsamen Feuerbälle. Also da könnte man schon gewinnen. Weil langsame Feuerbälle... Es geht um die Feuerbälle. Hier, der hätte getroffen, wenn der schnell gewesen wäre. Der Feuerball. Ach, Mann. Verdammt. Der hat nicht mal die Heilung. Der hat sogar dieses... Wie heißt es denn? Kampfrausch. Was nicht für Duelle geeignet ist, würde ich einfach mal so behaupten. Oh, das war mies. Bisschen mehr Konzentration an den Tag legen. Wie gesagt, mit den langsamen Feuerbällen. Ich muss einfach nur darauf achten, ganz genau von wo kommen die. Und dann dementsprechend... Darauf reagieren. Ah! Zum Glück war der... Oh, ich habe auch getroffen! Oh nein, bitte nicht! Warum bei Duellen? Ich raff das einfach nicht. Als Drachenkrieger würde ich es vielleicht verstehen. Aber... Als Magier gegen Magier... Egal. Ich will nicht schon wieder damit anfangen. Sondern... Macht nichts. Nicht schon wieder damit anfangen. Sondern... Einfach... Be... Uah! Wow, 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 wow. Yo! Er wollte nämlich genau das machen, was ich... Oh, das war gut. Die Runde war gut. Die gefällt mir. Die war... Chapeau. Muss man... Muss man mich erloben. Ich bin... In Duellen normalerweise... Kacke ich richtig rein. Aber die Runde war sehr fein. Schilling 2015. Noch ein Mage. Ich fasse es doch einfach nicht. Was ist los? Woher seid ihr alle? Nur Magier gerade hier. So, was macht er jetzt? Wow, wow, wow. Der hat die Schnellen. Wie fast jeder bei Duellen. Wow. Denn wenn man die sieht, ist es meistens schon zu spät. Da kann man dann seine Richtung nicht mehr wechseln. Okay, solche hasse ich. Der kommt nicht... Zu nahe. Da geht... Uh, was? Teleport, ist das dein Ernst? Okay. Also, diesen Sound, den Teleport, den ich da gehört habe, der war so... Ka-ching! Single! Jawohl, das darfst du nicht machen. Das darfst du... Mini-MP-Bug repriert schon. Oh, er hat einen Bug oder ich habe keine Ahnung. Oh, vielleicht hat er echt einen Fehler. Was? Sorry, wie gesagt, ich mache zu wenig Duell. Ich habe keine Ahnung, wovon der spricht. Ich habe keine Ahnung, wovon der Typ da spricht. Aber er hat sich umgezogen. Oh, Moment mal, das war sein Teleport. Schilling, warum machst du nichts? Zum Beispiel... Oh, doch nicht. Verdammt. War das nicht sein Teleport? Oder hat er den sogar mit Gedankenkontrolle unterbekommen? Oh, nein, hat er die reduzierte Cooldown? Wow. Hat der oder hat er nicht? Wer hat der hat, würde ich mal sagen. So, schon langsam kann es losgehen. Und... Hi, Yamama. Ein Feuer... Warte nicht. So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Yo, nein, zu weit weg. Och, Mann. Warum muss der so gut treffen? Meiner war auch... Nicht sein Ernst. Der war schon... Ach, nein, durch die Singu, sorry, stimmt ja gar nicht. Durch die Singu ist der dann noch... Bisschen... Boah. Down gegangen. Das war... Der war nicht vorher so weit unten. Wow. Alles halb so... Wildnüß. So treffe ich den nicht. Ich muss es nochmal mit Gedankenkontrolle versuchen. Da habe ich, glaube ich... Irgendwie... Am... Boah. Boah, ich bin froh, dass meine Kugel so gut abblockt. So, mit Gedankenkontroll. Wow. Ich versuche es nochmal. Und zwar... Jetzt. Okay. Jetzt muss ich ihn... Mh... Nö. War eine Idee. Die habe ich leider versemmelt. Weil er mich dann auch direkt gestand hat. Du, 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 du. Du, du, du. Nein. Nein. Solange Zyanichil nicht... Boah. Eintritt... Ist... Yo, 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 yo. Yo. Jetzt aber mal. Nein. Habe ich kein Teleport mehr? Gigi, das war echt gut. Ich habe irgendwas... Irgendwas habe ich verbockt. Das war aber... Warum? Das ist mir aber auch schon aufgefallen. Wenn ich verliere beim Duell, habe ich trotzdem relativ häufig mehr Schaden. Und das ist schade. Aber egal. So. Noch ein Ründchen, noch ein Ründchen. Ich habe ja sowieso hier die Uhr sozusagen von meinen erlesenen Muscheln in Wein. Hashtag Product Placement. Hashtag natürlich nicht. Aber sollte man ja dazu sagen. Denn manche nehmen das dann vielleicht nicht nochmal. Du. Wenn ich eben verloren habe, warum bekomme ich dich nochmal? Ich will auch dann die anderen Leute haben, gegen die ich gewonnen habe. Das wäre ja auch nett. So. Ich versuche es. Und jetzt muss ich es aber irgendwie schlauer anstellen. Und zwar genau so warten, bis die Immunität zu Ende ist. Komm, du hast doch noch so wenig. Bitte gönn's mir doch. Oh, der hätte auch treffen können. Komm, gönn mir das doch einfach. Da habe ich dich echt schon bekommen. Den Win kann man mir auch mal lassen. Oh, war das der Tee? Oh, das war. Das war. Nein, bitte nicht. Jo, lustige Fehler. Wir alle lieben sie. Er ist schon gestorben, aber er lebt noch. Jo, wahrscheinlich. Drakensang, wir haben dich alle so gern. Du bist so toll. Er ist schon tot, aber er lebt noch immer. Das waren jetzt zwei Kills von mir. Egal. DSO passt schon. Keine Sorge, wir kennen dich mittlerweile schon gut genug. Also, zwei Kills für eine Runde ist auch kein Thema. Mache ich gern. Ah, verdammt. Ich habe keinen drei Minuten Buff, mein Lieber. Den hätte ich mir echt für Duell immer mitnehmen. Ich bin nicht so der Duell-Spieler, der Duellant. Ganz und gar nicht. Wow. Oh, der hätte aber... Und der auch irgendwie so. Der lässt sie nicht treffen. Ich muss es wieder so machen. Bleibt mir ja gar nichts anderes übrig im Prinzip, als das so zu machen. Ach, ja, das war ein Meter. Das war ein Meter. Schade. Gut, diese Chance wurde mal vereitelt. Das war mal nichts. Jo, ja, 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 ja. Das war was. Ich habe es gesehen. Ich habe es gehört. Da war alles am Start. Und ich komme schön langsam ein bisschen... Eieieieiei. Ach, komm. Trinkst du schon wieder? Ich habe doch schon zwei volle... 15k. Wunderbar. Nö, doch nicht. Sorry, ich weiß gar nicht. Vielleicht hat er nicht getrunken. Aber jetzt hat er getrunken. Unfassbar. Ich verstehe nicht. Drei Minuten Buffs. Tränk. Ich habe doch auch nichts gemacht. Zeit doch nicht solche Schlappschwänze. Ernsthaft. Sorry für das Wort. Aber das geht doch einfach gar nicht. Was soll denn das? Einfach nur erbärmlich. Komm, schluck noch mehr. Schluck noch einen runter. Gönn die und verliert trotzdem 20k. 8k. Okay, weiter geht's. Bitte kein Magier. Gebt mir was außer Magier. Es gibt vier Klassen in DSO, Leute. Es existieren nicht nur Mages. Wenn ich jetzt wieder den habe, dann warte ich bei der nächsten... Oh nein. Okay, ich nehme alles zurück. Nö, brauche ich doch nicht. Haut ab. Kein Ver... Ich hasse die... Die Waldis hasse ich auch. Im Prinzip möchte ich gegen gar niemanden spielen. So sieht's aus. Ah. Ei, ei, ei. Vor allem, ich kenne die Leute alle nicht. Ich weiß nicht, was die so... Machen. Wie die so zocken. Und wie schnell ich da down bin. Aber das war schon eine fette... Oh, Salve an Feuerbällen. Die da... Ist das echt Standard geworden? Erklärt mir das. Ist das Standard geworden? Weil dann will ich keine Duelle mehr zocken. Das finde ich einfach nur lächerlich. Führt die Tränke als PvP-Items ein oder so? Okay. Dass die jeder zur Verfügung hat. Mit einer Cooldown von einer Minute. Aber so ist es einfach nur lächerlich. Feldmarschall. Verdammt. Genau da muss er das machen. Feld... Ja, genau. Nicht Feld. F-E-L-D. Sondern Feld. Er fällt, weil er so ein... Verdammt. Egal. Nicht sagen... Ich hab keinen Platz mehr für Tränke in der Hotbar. Ich brauch den Wächter. PP. Für Potion, Potion. GG schreibt er auch noch, wenn er schluckt. Finde ich interessant. Die checken nicht mal, dass sie so nervig sind. Die Leute raffen es nicht mal. Ich hab den Falken gehört, aber der ist... Boah. Wenn er GG schreibt, muss ich ihm auch mal antworten. GG. Was... Wofür steht G? Vielleicht steht das für... Hier, Schaden wieder mal. Aber das... Weil ich's habe mehr Leben. GG. GG. While using Potions. Do you know what... GG means? Anscheinend weiß er nicht, dass das Good Game heißt. Weil Potions sind in meinen Augen kein Good Game. Sondern... Ich weiß nicht, was kann man dafür einführen? NG. Noob Game. Ah, der Typ schon wieder. Ach, Mann. Need more Potions. God fight and no Potions. Only first time. Ach so. Sorry, Richter. Äh... No Banküberfall. Only first time Banküberfall. Not second time Banküberfall. Ach, dann geht's in Ordnung. Dann kannst du gerne nochmal die Banküberfallen. Ha, die Ausreden von den Leuten auch immer. Das... Das finde ich auch so köstlich. No God fight. Only first time. Keine Ahnung. So. Okay, aber jetzt mal wieder ein bisschen... Consent to the Tration. Denn... Nein. Das Problem an dem ist, dass der Blitz hat. Und mit meiner Taktik will ich ja da immer stehen bleiben. Und der Blitz macht mich aber... Wenn ich da stehen bleibe dann... Der kann mir den Rest geben. Das ist das Problem... An dem hier. Das machen nicht viele auch so mit Blitzsocken. Aber es ist... Definitiv... Eine... Feine... Taktik. Und genau auch für sowas. Muss man sagen. Muss man... Oh, hat der gesessen schon wieder? Nö. Kann nichts sein. Irgendwie... Irgendwie... Glaube ich zumindest... Boah... Hm. Vorher lief das besser gegen den. Muss ich irgendwie... Anmerken. Okay. Okay. Aber man, ich... Meine Hand möchte schon nicht mehr mitmachen. Ach... Was war denn das hier? Zur Hölle. Genau den Wächter gecast... Äh... Genau die Gedankenkontrolle gecastet. Als der Wächter dann kam. So... Okay... Komm schon. Kannst nicht mehr so viel haben. Das ist... Uh... Das ist ganz verwirrend. Da weiß man gar nicht... War das jetzt... Hat der getroffen? Oder war das einfach nur der... Damage von der... Erschöpfung? So... Ich weiß nicht. Den Wächter würde ich nicht so oft rausholen. Auch wenn ich die Gedankenkontrolle mache. Der holt den dann nämlich auch raus. Während... Ich sie nicht anhabe. Was ich aber lustig finde. Der macht immer den Eiszauber. Und... Ich wollte gerade sagen. Wenn mich nicht alles täuscht. Hat der noch kein einziges Mal getroffen. Jetzt hat er getroffen. Dein Ernst? Jetzt muss es schnell gehen. Jawohl. Wie kannst du einfach noch eine Teleport machen? Hoi, oi, 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 oi. Ich muss sagen. Die Ausbeute hat mir gefallen. War gar nicht mal so schlecht. Aber... Das GG hätte man sich sparen können. Gott... Ich muss es nochmal lesen. Ich habe das nicht... God Fight and no Potions only first time. Okay. Also keine Potions. Nur das erste Mal. Und ich heiße es nicht Spiele-Trend. Nur heute. Und ich habe jetzt nicht im Supermarkt geklaut. Nur das erste Mal. Die Logik von manchen Leuten. Also das L in seinem Namen steht nicht für Logik. Sondern für was anderes. Egal. Danke fürs Zusehen. Das war ein Duell-Video. Und ich würde sagen, es wird einfach beim nächsten Mal... Nicht bei Duellen weiter. Oh, Spiele-Trend. Oh. Das war's für heute.